Heute scheint es eher durch den Wald zu gehen. Hier sind sehr viele Waldarbeiter auch unterwegs, wie ihr gleich gesehen habt. Aber dafür sind die Wege sehr schön und man kommt schnell voran. Es ist wichtig, dass man es von Zeit zu Zeit macht, vor allem wenn man im Wald ist, wegen den Bären, damit die wissen, dass man da ist. Weil das Schlimmste ist, dass man sie irgendwie erschreckt, dass die auf einmal erst einen entdecken oder irgendwas. Deshalb ist es wichtig von Zeit zu einfach mal zu schreien oder so. Heute ist übrigens wieder ein sehr entspannter Tag, wie gestern, mit 22 Kilometern, sehr wenigen Höhenmetern. Wie ihr hier schon gesehen habt, sehr entspannten Wegen. Wir hatten erst überlegt, heute gar nicht zu laufen, weil es regnet, aber jetzt sind wir doch los. Bisher alles gut vom Wetter her. Da kommt jetzt gleich der Schipka Pass. Schipka steht hier, da unten steht so in Englisch. Genau, der sitzt dann hier da vorne irgendwo. Der ist einfach mal, weil da irgendeine Schlacht ausgetragen wurde. Da werden jetzt auch solche Denkmale stehen. Kann ich euch ja dann mal zeigen. Genau, und beim Schipka Pass werde ich erst mal wieder auf die anderen warten. Mache ich vielleicht eine Mittagspause, Mittagessen vielleicht. Jetzt haben wir elf. Genau, perfekt. Okay, ich bin unten angekommen. Da oben, das da, das müsste dieser Schipka Turm sein, dieses Denkmal. Und da unten ist der Pass. Das sind lauter Flaggen auch. Hier ist ein Hotel, glaube ich. Da könnte man übernachten, ist aber relativ teuer. Und jetzt mal da runter und da werde ich die Mittagspause machen, denke ich. Da unten war ich gerade. Da kommen die anderen. Hier ging es jetzt tausend Stufen hoch. Sehr anstrengend auf jeden Fall. Zu diesem Denkmal hier und zu diesem Turm da oben. Genau. Insgesamt tausend Stufen war jetzt ganz schön heftig. Aber naja, wir haben bestimmt eine tolle Aussicht gleich. Hier sind schon die restlichen Stufen. Und da geht es dann hoch zu diesem Turm. Ich finde es lustig. Da hänge ich immer wieder solche Apothekkas rum. Apotheken. Und da ist alles mögliche drin. Ist echt gut gemacht, muss ich sagen. Finde ich toll. Man kann es ein bisschen hören. Es regnet jetzt. Ich komme gerade aus diesem Wald raus. Da habe ich das noch nicht so richtig mitbekommen. Oder eigentlich gar nicht. Ja, mal schauen, ob ich jetzt eine Regenjacke anziehe. Weil das ist echt nur sehr wenig, was hier runterkommt. Da drüben muss ich hin. Da steht nämlich ein anderes Denkmal. Und daneben steht auch die Hütte eigentlich so ziemlich. Genau. Fünf Kilometer habe ich bestimmt noch oder so. Schauen wir mal. Ich denke, es geht jetzt hier eher am Waldrand weiter. Von daher würde ich jetzt keine Regenjacke anziehen. So, wir sind oben am Moment angekommen. Da oben steht es. Da werde ich aber jetzt nicht hinlaufen. Habe ich gerade beschlossen. Und hier unten sind noch so zwei Fackeln aus Stahl oder was. Genau. Sehr interessant. Nicht mehr so ganz schöner Ausblick, da es regnet. Aber zum Glück nicht so stark. Jetzt hat es doch noch mal kurz angefangen zu regnen. Weniger als ein Kilometer. Aber wenigstens kann ich die Regenjacke mal testen. Das ist übrigens so eine Art Rallye. Da fahren die ganze Zeit eigentliche Autos vorbei. Zum Beispiel der jetzt hier, der hier kommt. Ja, habe ich jetzt gut erwischt, ne? Ja, scheiße, ey. Wahnsinn. Wie viele Leute hier jetzt so weit kommen. Lauter Geländewagen, jawohl. Geiler Scheiß. Ne, was ich aber eigentlich sagen wollte. Oben ist eine neue Hütte. Chisabuzluca Nova. Und wir wollen aber zur Chisabuzluca Stara. Also der alten, ja? Und die sollte hier oben irgendwo sein bei den Treppen. Ich werde jetzt mal suchen. Mal schauen, ob ich es finde. Genau, da ist ein Memorial nochmal. Also denkt mal, da oben, das müsste die Hütte sein. Genau. Chisabuzluca, da ist man richtig. Sehr schön. Das schaut unser Zimmer aus diesmal. Ein paar mehr Betten, aber ich glaube, wir sind die einzigen hier. So, ich bin frisch geduscht. Ist auch immer notwendig nach der Wanderung. Jetzt gibt es so eine schöne Couch. Ich warte jetzt gerade noch auf die anderen. Was ganz lustig ist. Hier die Hüttenbesitzer, die haben gerade Besuch von anderen Bulgaren, die aber in Deutschland leben. Logischerweise können die auch Deutsch. Ganz lustig. Aber jetzt nach zehn Tagen wieder Deutsch, sprechen wir dann auch immer hin und her zu switchen. Zwischen Englisch, weil die anderen verstehen kein Deutsch. Das ist, ja, herausfordernd. Genau. Ich werde jetzt ein bisschen was lesen, bis die anderen kommen. Ich habe mein E-Book dabei. Genau, und dann sehen wir uns später wieder. Ist auf jeden Fall mal cool, wieder mit jemandem Scheit reden zu können. Guten Morgen, oder Dobre Utre, wie man hier in Bulgarien sagt. Heute wieder ein längerer Tag. Wir sind früher aufgebrochen. Wir haben 6.30 Uhr. Wir haben heute wieder ein bisschen was, ganz bisschen was über 30 Kilometer. Ein normaler Tag, würde ich sagen. Wir hoffen mal, dass es nicht regnet, aber es schaut jetzt, anschaut es noch so aus. Aber ich denke, es wird maximal um 15 Uhr anfangen, sagt der Wetterbericht. Und dann auch noch sehr, sehr, sehr leicht. Also das wird in Ordnung. Also ich weiß nicht, ob das so gehört, aber hier sind Windräder. Die seht ihr jetzt gerade nicht, weil die hier hinterm Wald sind. Und die machen ganz komische Geräusche. Ich weiß nicht, ob das so gehört und ob die in Deutschland, die Windräder, auch solche Geräusche machen. Scheinst du, dass da irgendwas Schrott ist bei denen, aber okay. Wieder ein sehr schöner Sonnenaufgang hier. Das ist übrigens auch eine Hütte. Da hätte man theoretisch auch übernachten können. Und da geht es jetzt weiter. Die legen ihre Geränderwege echt immer über einen Scheißgipfel. Das gibt es nicht. Sehr schön, wie es da aussieht. Mit den Wolken. Von da habe ich die letzte Aufnahme gemacht. Und da wusste ich jetzt nicht, wie ich weiterkomme, weil da war ein Zaun. Da bin ich jetzt einfach drüber und durch. Keine Ahnung. Der Weg geht schließlich hier lang. Warum sollte ich also jetzt nicht da... Hier, da stehen die Poller. Warum sollte ich also nicht hier langen. Weil das aber abgesperrt wegen den Kühen, die da unten rummuhnen. Schaut mal her, was ich gefunden habe. Ein Hufeisen. Wenn das kein Glück bringt. Da hinten, das Pferd. Von dem habe ich es nicht gestohlen. Weiß. Aber ich werde es jetzt trotzdem nicht mitnehmen. Aber das Ding ist scheiße schwer. Also wieder weg damit. Soll jemand anders sein Glück damit finden? Das da ist die Chischa Bulgarka. Also Hütte Bulgarka. An der bin ich jetzt einmal vorbeigekommen. Wir haben jetzt 9 Uhr. Ich habe jetzt fast 14 Kilometer. Läuft sehr gut bisher. 5,1 kmh Durchschnitt. So viel hatte ich glaube ich noch nie. Aber es liegt auch an diesen guten Wegen hier. Ich wollte eigentlich vielleicht hier was frühstücken. Aber es schaut sehr verlassen irgendwie aus. Keine Ahnung ob hier jemand da ist. So es hat wieder zu regnen begonnen. Aber ich meine das muss auch mal sein. Regen gehört auch dazu. Und außerdem laufe ich hier gerade auf einem sehr schönen Weg immer noch. Kommt gut voran. Und bin sogar teilweise ein bisschen im Wald. Bisschen geschützt. Perfekt. Es gibt wie gesagt kein schlechtes Wetter. Nur schlechte Kleidung. Ach ja herrlich. Flüssiger Sonnenschein. Dazu gesellt sich noch ein bisschen Blitz und Donner. Das wollen wir so. Sehr schön. So ich habe mich da oben gerade mal irgendwie verlaufen. Mitten im Regen. Sehr schön. Jetzt bin ich da rausgekommen. Das ist wieder der richtige Weg. Hier komme ich auf irgendeinem Lost Place rausgefühlt. Und hier geht es jetzt die Straße weiter. Da werden wir gleich den höchstgelegenen Bahnhof im Balkan sehen. Sehr attraktiv. Und jedenfalls bestimmt ein Touristen-Hotspot. Nicht. Meine Schuhe. Ja, tief sind im See. Aber es ist trotzdem eigentlich ganz in Ordnung. Gerade muss ich sagen. Ich hoffe nur, dass ich jetzt keine Blasen laufe. Wenn ich jetzt hier durch die Nähe... Also weil die Schuhe jetzt alle so nass sind und so. Sonst passt eigentlich alles. Ja. Ist halt ein Bahnhof. Nichts Besonderes jetzt unbedingt. Schaut nur, was ich hier gefunden habe. Die sind ultra selten. Und auch noch mega groß ist der. Der ist echt riesig. Schaut mal her. Der ist echt groß. Wahnsinn. Und ins Wasser geht er. Krass. Wie schnell das Wetter hier umschlagen kann. Gerade hat man noch übelst den krassen Regen. Und jetzt haben wir schon wieder bestimmt über 20 Grad in der Sonne. Also das hat jetzt echt nicht lange gedauert. Das war vielleicht eine halbe Stunde. Das war's. Richtig krass. Vorstellbar. Whoa! schap. Bis zum nächsten Mal.